Zuma aus dem Grund, weil jetzt kommt der Trip sozusagen nach oben, ich kippe nur zu einem Kumpel, ich glaube beim Samuji, nur jetzt treffe ich mit den Zehenbeulen oder teilweise sticht man mit den Zehen, aber das ist einfach so. Ich bin also im Lautstanz und hebe den so hoch. Hup, hup. Zuma gehen. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Also, jetzt von unten. Hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Das ist ja versteckt. Hup, hup. Ja. Huup, hup. Hup. Hup, hup. 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 stechen. Also hier, ja, es tut mir so weh, wir sind im Wasser auf, macht es praktisch nach sich. Und sechs ist, ich stehe auf einer Ebene, weil hier, ja, dann ist es nicht der Weg. Also, okay, andere Seite, rein, ich stehe auf einer Ebene, hier, okay. Also, okay.